Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Battlefield 1 mit Felix und Mia. Schönen guten Tag. Moin Moin Daniel. Weil der Orgonen ist mal wieder angesagt, lange nicht gespielt. In der ersten Folge überhaupt haben wir das gespielt. War recht nice für den Beginn, haben wir zwischendurch sicherlich auch schon ein paar Mal jetzt wieder gezeigt. Aber hier habe ich persönlich meine ersten Momente und Eindrücke von Battlefield 1 gesammelt. Ich bin ja noch mit der Waffe, die mir Felix in der letzten Folge empfohlen hat am Start. Yes. Was gar nicht so übel lief und ich schaue mal, ob sich das bewahrheitet. Die ersten Punkte für A und B. Oh, ich brenne. Konnten wir leider nicht mit einnehmen. Oh, da kommt noch was. Und noch was, eine Stielhandgranate. Ich bin down. Daniel, du musst dich wieder beleben, bitte. Wissen du? Auf der Brücke? Auf der Brücke. Konzaretz reicht. Leute, hier liegt ja alles rum. Hier liegt alles rum. Ich mache auch. Zwei oder drei habe ich reanimiert, aber da ist einfach alles drauf geflogen. Ja, das Feld geschützt hat mich. Das macht glaube ich nicht so viel Sinn. Nee. Nee, ansonsten, wenn alles gut geht. Zwar haben wir die ersten Punkte abgegeben, aber das muss es ja noch nicht gewesen sein. Es gibt genügend andere Möglichkeiten. Runde gerade trotzdem begonnen. Ich glaube, eine halbe Minute nachdem sie angefangen hat, sind wir ja trotzdem dann noch gejoint. Aber da sind halt die ersten Punkte immer flöten. So, ich hoffe, die Gegner gehen hier gleich flöten. Ich habe schon einige Sachen geballert. Da war noch einer. Ja, ich wollte gerade sagen, hier sind sie doch. Och, da war ich aber blindfisch. Ich habe mich hier gerade so gefühlt, als wären noch zwei, drei Mitspieler um mich rum und auf einmal stehen sie hier schon. Oh nein, ich habe überspringen gedrückt. Kann er mich nur holen? Danke sehr. Nice, da ist er plus am Start. Ich würde sagen, checken wir doch hier mal ab. Ah, der hat jetzt auch überspringen gedrückt. Den hätte ich ja wiederbelebt hier. Ich liege im Wald. Warte, ja, ich glaube, ich weiß, wo du warst. Hier irgendwo in die Richtung. Nee, ich komme nicht in dein Radius, leider. Ich dachte, du warst hier. Was jetzt? Hä? Ah, der... Da stehen doch schon wieder zwei Leute von uns und ich werde sogar gemessert. Das ist doch lächerlich. Bin zwar gerade scheiße, aber... Ach, übrigens, was ich noch sagen wollte, wenn das schon mal so passiert ist. Ey, ich hatte die beste Runde, die ich bisher in Battlefield 1 hatte. Und das war wirklich die einzige Runde in Battlefield 1, die ich nicht aufgenommen habe. Da habe ich mich wirklich geärgert. Der Sören und der Felix, ja, das war auch die erste Runde, wo die beiden aufeinander getroffen sind. Das war ja bisher nur in parallelen Aufnahmen. Also, nicht der Fall, dementsprechend, weil es ja parallel war. Aber 26, 13 hatte ich, glaube ich. Wir haben gut eingenommen, haben das gut gespielt. Oha! Das dagegen ist nicht so gut. Ich habe das sogar hingekriegt. Oder was heißt hingekriegt? Der andere nicht. Nein! Oh, ein Schuss noch. Der letzte habe ich hingeschossen. Oh, oh, oh. Nein! Ne, äh... Hätte ich den fast noch geholt, aber den ersten habe ich richtig rumgeloopt. Na ja, kleine Runde für zwischendurch hier. Das Quasselstrippchen mal wieder rausholen. Und jetzt komme ich dir nach. Ich war auch die ganze Zeit ein bisschen nur unten in dieser Kuhle drin. Weil, die war halt nüchstelig. Oh, Granate trifft, die sind da drin. Ja, ich muss hier auf Freiregon ein bisschen von außerhalb drauf spielen, so, weißt du? Oh! Granate, ausgewiegen. Oh ja, die macht Schaden. Ja, lohnt sich das mit meiner Waffe gar nicht. Ich muss ranzoomen können. B könnte interessant werden, ne? Oh, shit. Oh, shit. Ja, aber das... Dani, ich brauche mal ganz schnell mal ganz dringend Muni... Ne, nicht Munition, hier. Health. Oh, ja, Töne. Oh, mein Gott, bin ich dumm. Was? Oh, ich bin aber auch ne Hohlen-Nuss, Alter. Warte, 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 warte. Okay, der liegt da. Scheiße, der liegt da. Ich dachte, da war auch der wieder tot. Jetzt ist der tot. Da waren auf jeden Fall zwei. Da muss doch jetzt ein Sunny kommen, bitte. Warte, wie hat denn der gelebt? Der hatte ne rote Umrandung bei mir. Achso, weil der mich getötet hat, okay. Ja, ja, da kommt ein Mellick. Nein, der läuft weg. Ja, aber du hast wahrscheinlich echt recht mit dem Außen... Oder ziemlich sicher recht mit dem Außen rumrennen. Ich bin ja immer so hirnlos am Reinrennen. Wie eigentlich auf jeder Map, aber egal. Wir müssen jetzt mal langsam zu D vorkommen. Sonst haben die uns hier gleich wieder im... Ja. Mach das mal. Also ich hab jetzt schon zweimal Schüsse verkackt, weil die Waffe irgendwie nicht so gut für nahe Distanz ist und noch dazu kommt, dass ich's verkackt habe. Ey! Ach scheiße, das gibt's nicht. Kein einziges Mal getroffen. Die geilste Runde hab ich mit dieser Waffe hier gemacht, alle abgezogen. Hab grad sogar ran gesoomt, nur einfach nicht getroffen halt. Ja, da kommt ein Mellick. Ich zweifel richtig. Ja, das sieht gut aus. Ja, aber hier war irgendwo einer. Also eben als ich gestorben bin im letzten Leben, wurde ich hier in der Region gekillt. Oh, die sind aber hier hinten schon bei D durch. Also das können wir eigentlich gleich einnehmen. Wahrscheinlich werde ich trotzdem noch irgendwie weggeholt. Weil ich's grad immer abkriege. Wie gesagt, auch da... Ja, ja, die stehen hier vor. Oh ja, siehste, den hol ich wieder. Aber wieder Grey Overload. Den hab ich eben auch schon gewollt. Hier, Medic, wenn du brauchst. Ammonition. Oh, der geht in die Ecke. Da wollt ihr... Äh, da kommt einer. Von hinter dir. Warte, warte. Ich seh ihn nicht mehr. Vielleicht ist er auch schon tot. Da war eben einer rumgerannt. Aber unser ganzes Squad ist hier nice. Nur leider ist nicht markiert. Ja, weil... Der Typ einfach nichts rafft. Major Tiefschwarz. Haben wir wieder ein paar Punkte ergattert. Jetzt langsam die KD wieder auf... In Richtung 1 pushen. Was hast du gesagt? B? Hm. Was hat mich denn da gerade angefackelt? So, ich folg dir auf den Fuß. Pass auf, die sind hier gleich. Rechte Seite. Wer hat da auf der Brücke? Brücke Kontakt. Oh, hier unten sind auch noch welche. Die auf der Brücke haben sich zu doll überwiegt. Einen habe ich auf der Brücke. Sehr schön. Ich lauf unter die Brücke. Ich lauf in die Brücke. Ja, da kriegen die wieder nichts mit. Ja, komm. Und ich beobachte die Brücke. Einen habe ich. Oh, da kam was. Also in Richtung unserer Seite tatsächlich sogar. Ja. Warte, ich rush auf der anderen Seite hoch. Bleib mal da. Ja, aber ich kann hier... Ja, aber ich gehe wieder hin. Versuch mal langsam jetzt rüber zu kommen. Brauche ich auf der anderen Seite. Ich renne gerade über die Brücke. Hab einen. Ich brauche Leben. Ja, komm. Ja! Oh, der wollte gerade wegkriechen. Ich liege bei B, aber wir nehmen nicht einen, ne? AC haben wir ja auch. Wow, okay. Komm mal zu mir, bitte. Ich brauche Leben. Jo, jo. Hier. Hier! Danke. Allo, ich dachte, unser Spawn wäre bei A und B. Ist ja gar nicht so. Ne, 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 ne. Weil wir das erste Mal, als wir die Zone hier gespawnt sind... Hier, gib dem Mauern Munition. Äh, Munition! Warum soll ich immer Munition? Als wir das erste Mal die Zone gespawnt sind, war das hier in der Nähe. Oh, nein, ist er erst tot. Den hätte ich aber getroffen. Was schreibt der Luft an der Held denn? Komm, jetzt drängen wir sie weg. Ach, die führen ja. Haben sie echt aufgeholt. Hier diese komische, komisches Gebäude als Trennwand. Ach, komm rein! Ich habe mich von zwei Seiten geholt. Oh, Double Kill, ich hole dich. Ne, das sind ja noch zwei. Einen habe ich und ich hole dich. Pass auf, hier sind welche. Ah, fuck. Ich war das nicht, Daniel. Okay, dann habe ich den anderen reanimiert. Lolle, ich habe mich gerade von 2,5 auf 8,5 gepusht. Das war eine 6er Killschrieg. Nice. Ja, ich habe eben gerade Lucky noch, ich glaube sogar zwei weitere geholt. Da habe ich den wiederbelebt. Dadurch bin ich gestorben, aber meine Muni war eh alle und naja, was soll's. Ich spawn hier nach. Komm hier hoch, zu 10. Nein, ich habe den auch nicht. Hab einen. Den hätte ich mir easy absnacken können, aber der hat auch nur einmal getroffen. Von wo? Komm wieder, mein Freund. Da läuft er. Ja, als ob da keiner gesessen hat. Das war schlecht geschossen, aber safe war ich da mindestens. Double Kiss. Scheiße, da war noch einer, noch zwei. Die hocken da alle, die haben sich wiederbelebt. Wo alle? Da an der Brücke, linke Seite, wenn du von B kommst. Ach, guck mich das beinahe an. 76, man braucht halt drei Schüsse. Ach, der kam sogar von hinten, ja, dann ist es eh egal. Okay, wir haben A, wir haben A dann. Bei A spawn. Jetzt kommen wir nicht mehr bei A spawn. Doch, jetzt können wir mal ausbauen. Warte, ich komm dir nach. Oh, du bist unter Beschuss. Direkt. Warte, warte. Ich kann dich nicht anklicken. Ja, ich weiß, so. Und wir fliegen auch, dafür nehmen wir gerade die anderen Sachen weg, ne? Also wenn ich noch ein bisschen konstanter gut schießen würde und vielleicht ein bisschen Glück dazu kommt und gute Positionierung, ja, dann fängt das hier auch noch an gut zu werden. Das gibt's nicht! Ach, der war auch schon wieder tot. Ich höre den hier. Bist du das? Mhm. Diesmal ja. Ich renne bei unserem anderen hier hinterher, ne? Wir müssen nochmal in B rein. Maske auf und rein, du. Das holst du schon, ich geh schon mal weiter. Ne, ist aber noch wer. Vielleicht nicht mehr. Was läuft der denn für komische Schlangenlinien, ey? In der letzten, also in der Runde, die ich nicht aufgenommen habe, so geil in meinen Lauf geschossen. Aber was war, wie hieß die? Schatten des Giganten oder so? Ey, da hat's natürlich... Das ist auch nur weitläufig im Map. Eben, da hat man noch die lange Distanz dafür. Hier ist es schon ein bisschen schwieriger mit der Waffe. Durchaus deutlich. Vielleicht nicht alles, nur... Positionierung ist bei mir vor allem scheiße. Scheiße. Ey, wie kann ich denn durch Gas kassieren? Durch Positionierung werde ich halt oft einfach abgeknallt. Nicht, dass ich wenig kille oder so. Einnehmen wäre wichtig. Oh, bei D sind ja mega viele von denen, die kommen da nicht immer rüber. Ja, wir müssen jetzt vorrücken. So weit wie möglich an Waldes Rand, dass wir die gut abfangen. Aber die kriegen jetzt ein Tank Grenade mittels Double Kill. Ne, die sind ja noch gar nicht da. Na klar. Ne, man. Hast du getroffen? Ne. Ganz im G hier. Da kommen sie jetzt. Markier, markier, markier. Er hast einen getroffen, die stehen alle. Einer weg. Noch einer weg. Als ob ich den wieder nicht treffe. Daniel, komm mal zu mir, leg mal mit dem Medi. Bin hier am Geschütz. Sofort. Hab noch einen. Ah, da habe ich zu schnell hintereinander geschossen bin. Ich habe auch aus Versehen draufgekommen. Ich komme gleich zu dir. Ja, jetzt bin ich tot. Warte, ich hole dich. Ich kann nicht. Ja, weil ich verbrannt bin, glaube ich. Anspar direkt. Da haben sie mich in Brand gesetzt, ey. So, zack, direkt wieder weg. Bin bei dir. Schöner Stellungskampf hier einfach. Jeder hat seine Position. Oh, der wusste, wo ich bin. Da ist ein Flammenwerfer. Ey, der kam um die Ecke und hat mir instant gedrückt. Aber ich habe ihm auch einen gesetzt. Aber leider nur einen. So, hier eben. Acht Meter Medi. Komm an, gerade der. Ja, 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 ja. Und? Der rennt über mich drüber, ey, du Lappen. Die reifen echt nicht. Aber wir halten die Stellung noch so ein bisschen. Wir müssen aufpassen, die haben einen Flammenwerfer. Hallo. Ey, Junge, habe ich Ping oder was? Der Hügel würde mich da ja wohl gerade nicht hindert haben. Wahrscheinlich doch. Komm, geh hoch her. Versuch dich zum Laufen. Special Tactics. Befrag now. Oh, fast ein Triple. Ja, Mann, erste Hilfe. Das ist vor da. Markieren, markieren, markieren. Ich sehe keinen. Fuck, das gibt's nicht. Was längst schon rum? Das sieht man sogar. So nice, aber wir haben die da gehalten und wir gehen in Führung. Alter, wieder aber alle rüberballern. Oh, Baum weg.